Also einmal komplett leveln per Hand. Ja. Die letzten Male, das letzte Mal war ja schon viel zu nervig für euch, für mich, für euch alle, für uns alle. Es kann ja nicht mit rechten Dingen zugehen, dass der keinen Bock mehr hat. Okay, Düsenwechsel. Ich vergesse immer, das Problem ist immer mit den zwei Druckern und noch der CNC. Ich suche permanent, wo ist denn der Ausknopf, äh, der An- und Ausknopf. Weil es überall gleich ist. Äh, nicht gleich ist. Ich dachte tatsächlich, dass es möglich ist. Nick. Ich dachte tatsächlich, es wäre möglich, dass man sie sieht. Man sieht immer nur die letzten zwei Antworten. Ich kann doch mal gucken, ob ich vielleicht noch irgendeine andere Website sehe. Dankeschön. Äh, finde. Was? Was hast du gesagt? Kabu! Ey, Dankeschön für zehn Monate. Dickes, dickes Danke. Dankeschön. Vielen, vielen, vielen Dank. Aber Nick, das gefällt mir nicht. Das wusste ich gar nicht. Danke für die 50 Bits, Nick. Dankeschön. Aber das gefällt mir eigentlich echt nicht. Kabu, dickes Danke. Danke. Freut mich, dass dir das seit zehn Monaten immer noch gefällt. Freut mich. Hallo, hereinspaziert dann alle. Elite, das glaube ich dir, dass das nochmal was Gutes ist. So, äh, ihr dürft nochmal einen Ticken höher. Dann erstmal aufheizen. Dankeschön. Moment. Ich halte auch gleich das Bett auf. Dann können wir nämlich auch gleich leveln. Wahrscheinlich verbrenne ich mich jetzt komplett dran, aber was soll es? Hm, Motion. Dann soll er sich mal Auto home an. Während er aufheizt. Ähm, wenn er aufgeheizt ist, würde ich ihn, äh, noch ein Stück hochfahren. So, Shifty, Dankeschön. Herzlich willkommen in der Ausbildung. Freut mich, wenn es dir hier gefällt, dass wir natürlich auch so bleiben. Dickes Danke. Dankeschön. Dankeschön. Motion, move. Dann komme ich nämlich, äh, gut unten dran. Hier liegt auch schon Filament. Ist die Nacht kalt? Mir ist irgendwie immer kalt, ja. Okay, reicht. Reicht, glaube ich. Komme ich da gut dran? Ich glaube ja. So, dann dürft ihr mal näher dran kommen. Und ich ziehe ihn mir mal. Pa.